3, 2, 1, Start! Vor diesen Stuttgartern liegen jetzt über 650 Stufen. Sie sind eine Gruppe, die beim Run-up in Steffelesburg mitgelaufen sind. Damit ist am Samstag die landesweite Laufsaison eröffnet worden. Die einen nahmen die 9 Kilometer sportlich, die anderen wählten den kürzeren Weg, ganz ohne Steffele. Beim Traditionslauf geht es nicht um den Sieg, sondern darum, dass die Stuttgarter sich gemeinsam bewegen und die Schönheit der Stadt genießen. Vielen Dank!